Hey, hier ist Chrissi. Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon den Titel gelesen habt, geht es heute darum, wer zuletzt wach bleibt, gewinnt 100 Euro. Und zwar werden Max und ich mitmachen. Meine Schwester ist gerade weggefahren übers Wochenende. Und ja, deswegen bleiben nur Max und ich übrig. Und genau, Max ist noch nicht da, aber er wird jeden Moment kommen. Und ja, dann zeige ich euch so, was wir machen. Und wer am Ende als letztes wach bleibt, also der, der zuerst einschläft, hat verloren. Wird sehr schwer, weil ich schlafe unglaublich schnell. Eigentlich werde ich unglaublich schnell müde. Und deswegen denke ich, wird Max gewinnen. Aber ich versuche alles dafür zu tun, wach zu bleiben. Und ich werde versuchen zu gewinnen. Und schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wer gewinnen wird. Ja, ich glaube, es wird ein Kopf an Kopf rennen. Wir werden beide, glaube ich, sehr lange wach bleiben. Und an dieser Stelle könnt ihr einen Daumen nach oben hinterlassen und in die Kommentare schreiben, seid ihr eher nachtaktiv oder eher nicht. Da ist eigentlich so gut wie den kompletten Tag drin. Und es ist draußen eigentlich so schönes Wetter. Deswegen setze ich mich jetzt ein bisschen auf den Balkon und werde dort ein bisschen an mein Handy gehen. Max ist jetzt auch da. Hi, ich bin auch da. Und das Erste, was wir machen werden, ist Döner holen. Geil. Ähm, machst du das jetzt extra? Nein, natürlich nicht. Tu es jetzt ein auf groß. Äh, weißt du überhaupt, was ich gerade für ein Video mache? Wer zuletzt wach bleibt, gewinnt 100 Euro. Wie schön, dass ich irgendeine Trink dabei habe. Hast du? Aber nicht für dich. Hm. Und da sind die Döner auch. Hier habe ich einmal einen Döner, natürlich ohne Fleisch. Und Max hat einen normalen Döner. Ja. Ohne Tomaten. Schreibt mal in die Kommentare, mögt ihr Tomaten oder nicht? Max mag die überhaupt nicht. Und ich liebe Tomaten. Ich esse immer seine Tomaten auf. Wir liegen jetzt hier und gucken eine Serie. Und zwar Bates Motel. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr die Serie schon geguckt? Und wie findet ihr sie? Danke dafür. Genau. Und um ehrlich zu sein, wäre ich jetzt schon müde. Und wir haben gerade mal Viertel vor 10. Und ich bin jetzt schon müde. Und ich könnte jetzt auch wirklich schon einschlafen. Obwohl ich heute voll lange geschlafen habe. Ich habe heute bis halb 10 geschlafen. Und das ist schon echt lange für mich. Und ich bin aufgewacht. Wolltest du dich noch ein Video bearbeiten? Ja, muss ich auch noch machen. Und ich bin heute übrigens halt 8 wach. Ja, und ich bin aufgewacht. Also ich habe heute bei Max geschlafen. Ich bin um halb 10 aufgewacht. Und das erste, was ich sehe, ist, wie er GTA spielt. Nein. Seit 8 Uhr wahrscheinlich schon. Ne, ne. Ich habe erst alles gemacht, was ich machen wollte. Und dann, das war nur wegen mir eine Viertelstunde. Ich habe vorher so alle Kommentare gecheckt. Geüberlegt, was ich aufnehmen kann. Ja, 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 ja. Würde ich jetzt auch sagen. Weißt du, du hast einfach nur so Ewigkeiten geschlafen. Also ewig, Ewigkeiten. Bist du einfach schon müde? Nein. Er will den Energy einfach jetzt schon trinken. Ich möchte aber auch ein bisschen. Nein. Bitte. Ich schlafe sonst. Es geht doch darum, wer das gewinnt, oder? Ja. Und wer länger wach bleibt. Wir haben hier noch eine ganze Flasche Cola. Also so ist es nicht, oder? Alter, Cola? Danke, Scheiße. Aber ich möchte, ich kriege bestimmt auch was vom Energy, oder? Der ist viel zu groß für dich alleine. Hallo. Hallo. Hi. Prost. Das ist extrem süß. Ich finde das zu süß, ehrlich gesagt. Übrigens spiele ich hier die ganze Zeit nebenbei Sims. Was machst du? Weiß ich nicht. Ich bin Level 8. Und es regnet gerade und dort steht ein Schneemann. Mit dem ich gerade irgendwie drei Stunden geredet habe. Und ich habe hier ganz viele Fragen von euch beantwortet. Und zwar auf Instagram. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr es gerne tun. Dort heiße ich ChristineXXE. Ich bin jetzt absolut müde. Ich könnte jetzt schlafen gehen. Ja gut. Aber zum Glück habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ich muss nämlich noch gleich ein Video bearbeiten. Haha. Ich auch. Oh. Buh. Okay, wir müssen beide gleich noch ein Video bearbeiten. Willst du nicht einfach einschlafen? Ich glaube, du schläfst früher ein. Ja, das glaube ich auch. Ich bin langsam dabei einzuschlafen. Deswegen habe ich hier mal Licht angemacht. Kannst du bitte das Fenster auch nochmal aufmachen? Ich brauche frische Luft. Jetzt werde ich ein bisschen mit Bella spielen, damit ich was zu tun habe. Was passiert jetzt? Ich werde Video bearbeiten. Video bearbeiten. Nicht schlafen gehen. Ja, ich bin dafür, dass du schlafen gehst. Nein, ich glaube nicht. Bitte. Guck, sie sagt auch ja. Also los, geh ich schlafen. Jetzt kommen wir erstmal Kuscheleinheiten mit Bella. Also so hat sie sich jetzt an meinen Arm gelegt. Immer schön auf dem Rücken. Na, Bella? Dieser Blick. Ja, fein. Wie sitzt du da bitte? Sieht es komisch aus? Ein bisschen. Der ist schon leer. Er hat ihn einfach so gut wie komplett ausgetrunken. Einen Schluck hatte ich. Danke dafür. Das ist fein. Übrigens dürfen wir nicht allzu laut sein. Meine Mom schläft schon. Was? Danke dafür. Für dich nicht. Psst. Was? Guck mal, Bella findet es auch zu laut. Bella verfolgt mich übrigens die ganze Zeit. Was willst du von mir? Ich meine, sie ist mir gerade eben sogar auf Toilette gefolgt. Ich sage so, sie verfolgt mich. Hallo, was willst du? Auf jeden Fall habe ich das Teil jetzt geholt. Wie heißt es nochmal? Hoverboard. Und damit werden wir... Wollen wir das leise sein oder was? Psst. Damit fahren wir jetzt ein bisschen. Wo geht das überhaupt an? Oh, das macht... Voll. Oh, ne, doch nicht. Waiting for Bluetooth connecting. Ja, wolltest du leise sein? Psst. Sei leise. Hallo, sei leise. Psst. Wie mache ich das aus? Hallo. Will dann wohl doch nichts mit Hoverboard fahren. Ich glaube, dass du bis hin geflogen. Ja, glaube ich auch. Übrigens, Bella und ich heute im Partner-Look. So, ich werde jetzt aufräumen. Weil wenn ich mich hinlege, schlafe ich ein. Heißt, nicht hinlegen. Heißt, ich muss was machen. Und deswegen werde ich aufräumen. Um 23 Uhr. Hier für dich. Ich habe eben noch gesagt, dass ich mich so voll gefressen habe heute. Ich habe mich voll fett. Aber die sind vegetarisch. Ich esse natürlich auch welche. Machen wir hier mal die ganzen Lichterketten an. Hier auch. Und schon viel besser. Was machst du? Hier, das letzte davon. Oh Gott. Mach das wieder... Psst. Mach das... Sei nicht so laut. Mach das wieder aus. Das ist eklig. Hallo. Und man spielt mit Licht nicht. So, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, was ich machen kann. Deswegen werde ich jetzt selber ein Video bearbeiten. Weil ich noch eins bearbeiten muss für euch. Beziehungsweise ich muss ja nicht. Ich möchte. So, das Video ist jetzt relativ weit bearbeitet. Es ist so dunkel hier, ne? Draußen ist es schon komplett dunkel. Und wir haben jetzt genau halb zwölf. Hast du Hunger? Nee, überhaupt nicht. Nee. Du? Ich werde jetzt einfach mal um halb zwölf einen Spiegeleib machen. In dieser Pfanne. Die ist mini. Was? Ich meine, die ist ein bisschen kleiner als meine Hand. Wie süß. Ich muss nur leise sein, wenn meine Mutter schläft. Die ist übrigens so klein, dass da nur ein Ei reiten passen wird. Gönn dir. Ein Ei passt nur halb. Um halb zwölf. Was auch sonst. Ist das normal, dass man sich um halb zwölf einfach so einen Spiegeleib rät? Ja. Ja? Ja. Hau rein. Genau, halb zwölf. Habt ihr euch schon mal um halb zwölf ein Spiegeleib gekocht, gebraten, was auch immer? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Lecker. Das Ei hat aber lecker geschmeckt. Will jemand schon etwas schlafen? Nein, ich leg mich nur ganz entspannt zurück. Soll ich kurz Gute-Nacht-Musik einmachen? Vielleicht schläfst du ja ein. Aber ich werde auch müde. Ich schaffe es länger als du. Oh Mann, oh, ich will einfach nur schlafen. Ich bin es überhaupt nicht, so ein Spätschler. Spätsch. Ich kann nicht mal mehr Deutsch. Es ist jetzt Viertel vor zwölf. Es sind nur 15 Minuten vergangen und in der Zeit bin ich so müde gegangen. Ich bin müde gegangen. Sie sagst doch, ich kann kein Deutsch mehr. So müde bin ich gegangen geworden. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall schon mal abschminken, weil ich einfach nichts zu tun habe. Und ich muss mich halt bewegen und ich habe nichts zu tun, deswegen schminke ich mich ab. Das hast du bereits gesagt. Ja, ich weiß, was ich schon gesagt habe, aber ich will immer nur schlafen. Ich habe mich jetzt abgeschminkt und ja, ich werde auch jetzt schon mal Zähneputzen gehen, weil ich werde jetzt eh nichts mehr essen. Nach dem Ei bin ich sowas von satt. Und ja, da muss ich mein Video noch zu Ende bearbeiten, weil ich es vorher nicht ganz bearbeitet habe, sondern nur so halb. Gehst du auch schon Zähneputzen? Nee, jetzt noch was, glaube ich. Dann gehe ich halt selber Zähneputzen. Ich sag doch, sie verfolgt mich. So, Zähne sind geputzt. Abgeschminkt ist getan. Ich bin müde. Ich habe mich abgeschminkt. Ich werde echt müde. Auf jeden Fall fehlt jetzt nur noch umziehen und das würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal. So, ich habe mich jetzt auch umgezogen in meinen Schlafanzug bzw. in ein bequemes T-Shirt und eine lockere Hose und werde jetzt mein Video fertig bearbeiten. Max ist am Party machen und gleichzeitig ein Video bearbeiten. Und wir werden auch gleich noch die Serie weiter gucken. Hm, geil. Ich habe echt so ein Zeichen im Mund. Echt so ein Zeichen? Loll. Leute, mittlerweile haben wir es, ja, halb eins auch schon. Ich glaube, es ist egal, wie laut ich rede. Ich habe eh gewonnen, glaube ich. Weil Chrissy ist einfach eingeschlafen beim Video bearbeiten. Man könnte ja denken, sie bearbeitet ein Video. Ich glaube, sie schläft. Hallo? Hallo? Ja, ich würde sagen, das nehme ich mal als gewonnen, oder? Nehme ich den Laptop weg, oder? Ja, ich glaube, ich würde mal sagen, ich habe eh gewonnen. Ich werde sie jetzt so da liegen lassen. Ich meinte natürlich sitzen lassen. Ich hoffe, sie wacht nicht auf. Oh, oder vorher nochmal löschen. Ach, nee. Ich mache mir seine Hände da weg. Och. Zu. So, das Ding verschmeiß ich jetzt aus dem Fenster. Oder auch nicht. Ich glaube, sie schläft wie ein Stein. So, hau rein, Dicke. Ich würde sagen, ich gehe auch einfach schlafen. Okay, wenn das Video hochgeladen ist, also ich bleibe einfach noch ein bisschen wach. Jack, also ich würde sagen, Talent easy gewonnen. Ich bin aber auch, ehrlich gesagt, extrem müde. Also echt sehr müde. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich nochmal im Namen von Chrissy auch nochmal. Sie schläft da schön. So halb im Sitzen. Aber warum auch nicht. Das auf jeden Fall, da oben dann vergiss nicht, ihren Kanal kostenlos abonnieren. Und natürlich meinen auch. Also, ich schlafe einfach auch gleich direkt, weil ich echt auch müde bin. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ja, gute Nacht. Und für die bearbeitende Chrissy, morgen hier ein schöner Anblick. Musik 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 Vielen Dank.